Ja, unser Aufruf an alle potenziellen Katzenbesitzer in Spee, wer gerade auf der Suche nach einer Katze ist, bitte melden Sie sich, Doktorin Tierheim-Gronach, wir haben so viele süße Stubentiger hier jetzt auf einen Schlag, die so kuschelig sind und dankbar für ein bisschen Zuwendung und Liebe. Es sind kleine Kätzchen dabei und Erwachsene, das Alter ist von drei Monaten bis drei Jahren und die freuen sich über einen neuen Dosenöffner. Untertitelung des ZDF, 2020